Vor einiger Zeit haben wir euch hier auf dem Kanal schon den Hugging Chat vorgestellt. Die Chat-GPT-Alternative von Hugging Face, bei der wir verschiedene sehr gute Open-Source-KI-Modelle in einem schlichten Chatfenster nutzen können und sogar unsere eigene Version dieser Bots mit den sogenannten Assistants erstellen können. Seit den ersten Tagen hat sich bei Hugging Chat einiges getan. Und es lohnt sich wirklich nochmal einen Blick auf die Website zu werfen, denn es gibt ein paar neue, coole Funktionen. Bis zu sechs Werkzeuge wie Bilderzeugung, Bearbeitung oder Taschenrechner können wir mit den entsprechenden Modellen verwenden und mit unseren eigenen Assistants außerdem genau definieren, woher die von uns gewünschten Informationen kommen sollen, um die besten Antworten zu erhalten. Also, wenn ihr mit Hugging Face schon lange nicht mehr gearbeitet habt, lohnt sich ein zweiter Blick definitiv. Und wenn ihr den Chat noch gar nicht kennt oder ausprobiert habt, dann schaut euch dieses Video auch auf jeden Fall an, denn es ist eine kostenlose, wirklich gute Alternative, die man sogar erst einmal ohne Anmeldung testen kann. Also, schauen wir direkt mal an, was der Bot so zu bieten hat. Um den Hugging Chat zu verwenden, müssen wir auf die Website huggingface.co.chat gehen. Das ist aber natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort sehen wir dann, wenn wir zum ersten Mal auf die Seite gehen, eigentlich immer dieses Pop-up. Und wir sehen, dass wir das Ganze sogar ohne Account, also als Gast, ausprobieren können. Man muss sich also nicht einmal registrieren, sondern kann einfach die ganzen Funktionen dieses Chatbots einfach mal so testen. Bei dieser Nutzung kommt man dann allerdings irgendwann an ein Limit. Das sind immer eine bestimmte Anzahl von Nachrichten. Und dann soll man sich mit Hugging Face einloggen. Das ist aber auch kein Problem. Das ist ebenfalls ein kostenloser Account und Hugging Face wirklich eine seriöse Seite, auf der viele verschiedene Open-Source-KI-Modelle normalerweise angeboten werden. Dementsprechend würde ich sagen, ich logge mich direkt einmal mit meinem Hugging Face-Account ein, dass wir hier keine Limits bekommen. Und dann schauen wir uns an, was der Hugging Chat mittlerweile alles zu bieten hat. Nachdem ich mich dann angemeldet habe, komme ich zur Startseite von Hugging Chat und die sieht so aus. Also eigentlich relativ ähnlich, wie man das von anderen KI-Chatbots, zum Beispiel ChatGPT, kennt. Und ich kann im Prinzip direkt hier damit anfangen, dass ich eine Frage eingebe und chatte. Hier oben sehen wir, welches Modell aktuell ausgewählt ist. Und ich sehe, in meinem Fall ist das Mixtrel 8x7b, also ein relativ gutes Modell. Ich kann allerdings auch einfach hier auf das Zahnrad klicken. Dann komme ich direkt zu den Einstellungen und sehe hier die verschiedenen Modelle, die ich eben auswählen kann. Wir sehen, dass wir noch ein US-Hermes Mixtrel Modell haben. Wir haben das Yi-Modell, Mixtrel 7b, also ein kleines, und File 3 Mini, das kleine von Microsoft. Außerdem haben wir Lama 3 und Commander Plus von Coheer. Also das sind wirklich zwei sehr, sehr gute Modelle. Und hier muss ich jetzt kurz aus der Zukunft dazwischen krätschen, denn seit wir das ursprüngliche Video aufgenommen haben, hat sich hier nochmal etwas getan und wir haben zwei sehr, sehr gute neue Modelle bekommen. Und zwar sind das die neuen Lama 3.1 Modelle, sowohl in der 70b Variante, als auch in der Lama 3.1 405b Variante, also das größte und beste Open-Source-Modell, das wir aktuell haben. Das können wir hier einfach direkt verwenden und damit chatten. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, wie wir das neue Meta-Modell verwenden können und von der sehr, sehr guten Leistung dieses Open-Source-Modells profitieren. Aber zurück zum Video. Wir wählen einfach mal Command-R-Plus von Coheer aus. Ich muss dazu einfach nur das Modell hier anklicken und dann kann ich eigentlich mit Activate direkt wieder zurück in meinen Chat springen. Ich kann aber auch hier noch direkt einen Systemprompt eingeben. Ich könnte hier also zum Beispiel sagen, wie soll sich mein Chatbot immer verhalten. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, antworte immer auf Deutsch oder antworte einfach immer so kurz wie möglich oder sehr ausführlich. Alles, was ich eben haben möchte. Und dann kann ich, wenn ich das eingegeben habe, wenn ich das machen will, einfach auf Activate drücken. Dann sehe ich hier unten kurz, das wurde gespeichert. Hier ist das auf Active gesprungen. Ich kann das Fenster schließen und wenn wir zurück im Chat sind, sehe ich, dass das jetzt mein aktuell ausgewähltes Modell ist. Hier kann ich dann einfach etwas eingeben und ich würde sagen, wir geben einfach mal direkt etwas ein und schicken unseren Prompt ab. Und dazu stelle ich einfach mal die Frage, kannst du mir Machine Learning in einfachen Worten erklären? Dann schicken wir das Ganze ab und wir sehen auch hier eigentlich das übliche Interface. Dann allerdings direkt hier etwas, das nicht ganz so selbstverständlich ist, nämlich, dass das Web durchsucht wird. Wir sehen, dass auf verschiedenen Seiten nach Informationen gesucht wurde und dann wird unsere Antwort generiert. Das dauert jetzt, je nachdem wie ausgelastet der Service gerade ist, mal länger oder kürzer. Dementsprechend würde ich sagen, wir überspringen die Antwort kurz und schauen uns dann das Ergebnis zusammen an. Meine Antwort wurde fertig generiert und ich denke, daran kann man absolut nichts aussetzen. Wir haben unsere kurze Definition bekommen und wir sehen an den Quellen hier unten, dass das tatsächlich nicht einfach halluziniert wurde, sondern dass verschiedenste Dinge dazu herangezogen wurden. Ich kann auf jede dieser Quellen dann klicken und dann öffnet sich der entsprechende Link und ich kann hier einfach nochmal nachlesen, wo diese Informationen herkommen und wie meine Antwort dementsprechend generiert wurde. Wenn ich das nochmal schließe und hier zurückkomme, dann sehen wir, dass wir leider keine Zitate hier in unserem Text haben, also wo welche Quelle dafür herangezogen wurde. Das wäre etwas, was sicherlich noch cool wäre in der Zukunft. Jetzt möchte ich allerdings direkt mal auf einen wichtigen Punkt hinweisen und nämlich, das ist der Punkt Tools hier unten. Wir haben ja hier direkt gesehen, dass wir die Websuche aktiviert hatten, denn das wurde für uns gemacht. Wenn ich hier auf Tools klicke, dann sehen wir, dass wir hier sechs verschiedene Tools oder Werkzeuge haben, die wir zur Verfügung haben. Wir haben Websearch, also das haben wir gerade schon gesehen, dass das Internet durchsucht wird. Wir haben URL-Fetcher, ich kann also einfach einen Link eingeben und sagen, ich möchte Informationen daraus zusammenfassen. Wir haben einen Dokument-Parser, wir können hier Textdateien hochladen und dann Inhalte daraus eben auch uns zusammenfassen lassen oder Fragen dazu stellen. Wir haben Image Generation und Image Editing. Das funktioniert natürlich nicht bei allen Modellen, aber wir haben die Möglichkeit und können das hier eben auch nutzen. Und wir haben den Calculator, der eben dafür herangezogen wird, mathematische Probleme besser zu lösen als die reinen KI-Modelle, denn die sind darin oft nicht so gut. Und ich kann jetzt hier einfach anklicken und aktivieren bzw. deaktivieren, was ich möchte und dann kann ich das in diesem entsprechenden Chat nutzen. Wie gesagt, es hängt immer ein bisschen vom aktuell ausgewählten Modell ab, was hier verfügbar ist. Wenn ich jetzt nochmal auf Modelle klicke und wir gehen wieder zu unserem 8x7b-Mistro-Modell zurück, dann sehe ich hier unten, dass ich eben nur die Websuche aktivieren oder deaktiven kann. Das bedeutet, hier habe ich nicht alle Möglichkeiten zur Verfügung. Aber was haben wir jetzt noch hier beim Hugging Chat? Wir haben in einem eigenen Video schon darüber gesprochen, dass wir auch diese Assistance haben und trotzdem möchte ich hier nochmal kurz darauf eingehen. Wenn ich das einmal anklicke, dann sehen wir, dass wir hier verschiedene Bots haben, die von der Community erstellt wurden. Ich kann allerdings auch meine eigenen Assistenten erstellen und das hat auch nochmal ein Upgrade bekommen in der Zwischenzeit, deswegen schauen wir uns das kurz zusammen an. Wenn ich Create New Assistant klicke, dann habe ich hier die Möglichkeit, mir quasi eine eigene Version von einem Chatbot zu machen. Auch das funktioniert mit allen Modellen, die wir zur Verfügung haben. Ich könnte also zum Beispiel wieder mein Commander-Plus-Modell oder Lama 3 auswählen und kann dann weitere Informationen angeben. Ich kann einen Namen und eine Beschreibung für meinen neuen Bot vergeben und ein Bild hochladen. Und auch hier habe ich dann die Möglichkeit, einen System-Prompt einzugeben und genau festzulegen, wie mein Bot antworten soll. Diese User Start Messages sind einfach nur die Vorschläge, die man direkt anklicken kann. Also da kann man etwas eingeben, was für den eigenen Bot dann auch Sinn macht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Bot für die Hilfe mit Excel, dann könnte ich als Start Message vielleicht angeben, kannst du mir den S-Verweis erklären oder wie schreibe ich eine Summe-Funktion in Excel korrekt. Das sind einfach die Dinge, die dann für uns direkt angezeigt werden. Was jetzt relativ interessant und neu ist, ist dieser Punkt Internet Access hier, den wir unten haben. Denn hier können wir festlegen, wie sich unser Bot in Bezug auf die Websuche verhalten soll. Als Standard ist hier eingestellt, dass die Assistenten das Internet nicht durchsuchen. Wir sehen auch in der kurzen Beschreibung, dass diese Bots dann schneller antworten und dass das für die meisten empfohlen ist. Wir haben allerdings auch noch drei andere Möglichkeiten und das ist zum einen Web Search. Das ist einfach ganz normale Internetsuche. Also wenn ich etwas eingebe, wo der Bot denkt, da könnten Informationen dazu im Internet sein, dann wird das Internet durchsucht. Ich habe allerdings auch die Möglichkeit, das noch genauer zu beschränken. Mit Domain Search und hier kann ich einfach verschiedene URLs eingeben, die durchsucht werden sollen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte nur Quellen wie Wikipedia oder BBC, wie es hier drin steht. Ich könnte jetzt hier einfach nur digitale-profis.de eingeben. Dann würden einfach nur Informationen von dieser Website herangezogen. Das Schöne ist, ich kann nicht nur eine Website angeben, wie es beispielsweise bei Cohir in der API lange war, sondern ich kann hier auch durch Komma getrennt mehrere Websites angeben. Oder ich kann das Ganze sogar noch spezieller machen und spezifische Links auswählen. Und hier kann ich bis zu zehn Links eintragen, die eben dann als Informationsquelle dienen. Und dann wird mein Bot nur bei diesen URLs nach Informationen suchen. Bei den Domains hier oben würde jetzt, wenn ich digitale-profis.de eingebe, auch unsere ganze Website durchsucht. Wenn ich einen speziellen Link eingebe, zum Beispiel nur zu einem bestimmten Artikel, dann wird eben auch nur dieser Artikel nach Informationen durchsucht. Das bietet sich auch super an, wenn man zum Beispiel einen wirklich ausführlichen oder mehrere wirklich ausführliche Artikel zu einem Thema hat und sich einfach mit einem Chatbot darüber unterhalten möchte. Dann kann man das hier eingeben, kann sich das zusammenfassen lassen, Fragen dazu stellen etc. Als letzte Option haben wir noch dieses Dynamic Prompt. Mit Dynamic Prompt können wir Variablen eingeben. Wir sehen hier auch, wie das Ganze aussieht. Denn damit kann ich einfach bestimmten Content in meinen Prompt hinzufügen und dann einfach diese URL aufrufen mit einem Get-Request. Ich kann also zum Beispiel einfach in meinem Prompt sagen, ich möchte dafür diese URL heranziehen, also diesen Inhalt. Und dann kann ich das auch auf einer Prompt-Ebene, also für jeden einzelnen Befehl angeben. Dann muss ich hier nicht meine Links schon im Voraus definieren, sondern kann das einfach für jeden einzelnen Befehl hier individuell hinzufügen. Das sind die Assistants und das ist wirklich ein cooles Feature. Wir werden das an dieser Stelle nochmal beenden. Wie gesagt, wir haben schon ein Video dazu gemacht, wo wir das komplett nochmal erstellt haben. Wir sehen auch hier unten unsere Assistants, die wir schon erstellt haben. Die können wir dann jederzeit auswählen. Zum Beispiel meine ClareChat. Das funktioniert dann genau wie, wenn ich ein Modell auswähle. Ich klicke das hier mal an. Dann sehen wir hier nochmal, wie das Ganze eben erstellt wurde. Ich kann das auch bearbeiten oder löschen. Ich kann hier einfach auf Activate klicken. Dann ist unser Active Label jetzt bei unserem eigenen Assistenten. Und wenn ich zurückgehe, dann sehe ich, dass das mein Assistent ist, den ich erstellt habe. Und den kann ich einfach hier verwenden und wie bei jedem anderen Modell auch meine Fragen stellen etc. Wir sind wirklich beeindruckt davon, wie gut Hiking Chat mit verschiedenen Modellen funktioniert. Und einige der neuen Features würden wir wirklich gerne auch mal bei ChatGPT und Co. sehen. Zum Beispiel einen Rechner oder die Domain Search, mit der wir genau definieren können, woher unsere Informationen kommen sollen. Außerdem bin ich persönlich ein großer Fan des schlichten und intuitiven Layouts der Website. Während andere kommerzielle Anbieter eben immer mehr Funktionen, Optionen und Einstellungen in die erst einmal einfachen Fenster packen, hat man hier noch wirklich die Übersicht und den Fokus auf alles Wichtige. Okay. Habt ihr das schon mal getestet? Und was ist eure Meinung zum Open Source Bot? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Likes und Abos für unseren Kanal. Mein Name ist Johannes Ruhr. Wir sehen uns im nächsten Video.